Wir kommen also zur Ausstattung. Die Ausstattung ist für den Abgeber oder die Abgeberin oftmals noch super in Schuss. Alles funktioniert, es wurde lange damit gearbeitet, das ist noch gute Werksarbeit, das hält noch ewig. Das sind so Aussagen, die höre ich immer wieder. Beim Übernehmer oder der Übernehmerin ist es aber so, dass man will sich natürlich in der neuen Praxis auch einfach verwirklichen. Man möchte da sein eigenes Farbkonzept, was dann beispielsweise aufs Marketing auch angepasst ist, verwirklichen. Man möchte sich einfach wohlfühlen. Die meiste Zeit seines Lebens wird man wahrscheinlich in diesen Wänden verbringen. Deswegen möchte man die auch angepasst auf die eigenen Bedürfnisse sehen. Bei der Ausstattung ist es so und das ist wirklich ein Problem mittlerweile, denn es wird immer häufiger benutzt und fast wöchentlich höre ich das. Es ist so, die Ausstattung ist natürlich ein gewisser Wert und meistens sogar der höchste Wert, also der materielle Wert, macht den höchsten Teil, also die Ausstattung macht den höchsten Teil des Praxiswerts dann aus in vielen Praxen. Aber auch häufig nur für den Abgeber. Für einen Übernehmer ist es meistens in die andere Richtung. Das heißt, die sehen zwar, da sind Möbel drin und die können auch funktionieren, aber die wollen die eigentlich gar nicht langfristig behalten. Also warum sollten die dafür noch viel Geld für bezahlen? Ein zusätzliches Problem, und da gehe ich vielleicht sogar schon ein bisschen zu tief in die Materie ein. Allerdings hat sich in der Vergangenheit auch oftmals gezeigt, dass das auch zum Bösen verwendet werden kann. Also dieser Ansatz, Ausstattung behalten, ja, nein. Gerade wenn man noch einen zusätzlichen Berater oder eine Beraterin drin hat, die dafür sorgen möchte, dass entweder ein hoher Preis bezahlt wird oder ein niedriger Preis bezahlt wird, also abgeber- und übernehmerseitig, dann wird oftmals an dieser Ausstattung angefasst. Also da wird dann gesagt, die wird nicht übernommen, deswegen möchten wir nicht den vollen Kaufpreis bezahlen. Oder wir können das nicht übernehmen, das ist nicht mehr zeitgemäß, schon abgeschrieben. Solche Sätze sind dort gängig. Ich bin immer ein Fan davon, ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, ich bin immer ein Fan davon, man geht zusammen vor Ort und da man sowieso noch ein Inventarverzeichnis anlegen möchte oder muss oder eine Begehung hat, dort dann einfach vor Ort unter sechs Augen mal zu sprechen. Ich bin da auch ein Fan von, vielleicht das vorab schon zu klären, gerade so in den Zügen, wo man schaut, sind genügend Parkplätze vor Ort vorhanden. Also gerade beim Beginn von dem Projektmanagement gleich zu klären, könnte gegebenenfalls die Ausstattung so übernommen werden. Weil je früher man sich darum kümmert, desto einfacher und geregelter läuft dann auch so eine Praxisabgabe bzw. Übernahme ab.